Herzlich Willkommen hier aus dem schönen Uganda. Wir grüßen euch aus dem Zentrum der Herrlichkeit Gottes. Wir beginnen eine Serie mit 40 Tage Reich Gottes. Und Jesus hat sich entschieden, 40 Tage lang zu lehren über die Dinge des Reiches Gottes. Und wir wollen das zusammen lesen. Es ist in Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 3. Jesus wurde gerade gekreuzigt. Jesus ist gestorben vorher. Und dann ist er wieder aufgestanden von den Toten. Dann hat er noch genau 40 Tage Zeit gehabt. Und dann wusste er, jetzt geht er in den Himmel. Und der Heilige Geist ist gekommen. Und Jesus wusste, er hat 40 Tage lang Zeit. Und er hat sich entschieden, eine Botschaft zu geben. Das Wichtigste, was er auf dem Herzen hatte, wollte er geben. Und er hat sich entschieden, die Dinge des Reiches Gottes zu predigen. Und das wollen wir lesen in Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 3. Diesen hat er auch nach vielen Leiden sich in vielen sicheren Kennzeichen lebendig dargestellt. Indem er sich 40 Tage hindurch von ihnen sehen ließ. Und über die Dinge redete, die das Reich Gottes betreffen. Jesus wusste, dass die Zukunft der ganzen weltweiten Gemeinde hängt davon ab, ob die Kinder Gottes verstehen, was Reich Gottes bedeutet. Und so hat er sich entschieden, ich lehre sie 40 Tage über die Dinge des Reiches Gottes. Und das war der Wunsch auch von Maria. Der Wunsch, lass die Leute verstehen, was es bedeutet, Reich Gottes zu denken. Wir wollen die Leute verstehen, was es bedeutet, das Reich Gottes leben zu denken. Thinking, yes. Jesu Dienst begann mit der Verkündigung des Reiches Gottes. Zum Beispiel hat er gesagt, das Reich Gottes ist angebrochen. Und genauso hat es auch geendet mit den Dingen des Reiches Gottes. Es ist ein zentrales Thema für Jesus Christus. Und diese Zeit wollen wir uns auch nehmen. Wir wollen die Dinge aus der Bibel herausholen. Wir wollen lernen, was hat Jesus damals gelehrt. Was ist so wichtig im Reich Gottes? Warum ist es wichtig für die weltweite Gemeinde? In den nächsten paar Tagen wollen wir das zusammen anschauen. Und ich lade dich ein, dich eins zu machen. Mit den Dingen, die Jesus lehrt über die Dinge des Reiches Gottes. Wenn du die Fülle erleben willst, vom Reich Gottes, musst du auch die Prinzipien des Reiches Gottes verstehen. Die Gedanken des Reiches Gottes sind ganz anders wie die Gedanken der Welt. Und genauso sind die Prinzipien des Reiches Gottes ganz anders wie die der Welt. Und wir müssen die Dinge des Reiches Gottes erkennen. Und wir müssen wirklich in unserem Gehirn erkennen, die Probleme des Reiches Gottes. Nicht nur Kopfwissen haben. Aber die Prinzipien des Reiches Gottes müssen in unser Herz hineinkommen. Und Jesus sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit setzt euch frei. Er sagt nicht, ihr werdet die Dinge wissen und das Wissen setzt euch frei. Und was heißt dieses Erkennen? Im Deutschen heißt es, das Erkennen heißt, ein erlebnismäßiges Eindringen. Und ich bete, dass du die nächsten Tage nicht nur Kopfwissen dazu gewinnst, sondern dass es eindringt in dein Herz. Und dieses Erkennen wird dich freisetzen. Und dieses Erkennen wird dich freisetzen. Weil es ist eine Wahrheit. Schließlich fordert Jesus uns auf. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und nach seiner Gerechtigkeit. Und alles andere wird euch hinzugetan werden. Ich möchte dich ermutigen, dass du trachtest nach den Dingen des Reiches Gottes. Und ich lade dich ein, dass du dich eins machst mit uns. Dass du die Dinge erkennst, die Jesus sagt. Im Jahr 2014 haben wir uns als Gemeinde in Pforzheim haben uns entschieden, 40 Tage lang uns zu treffen. Wir haben das gemacht, was Jesus gemacht hat. 40 Tage getroffen. Und wir hatten nur ein Thema. Das Reich Gottes. Verschiedene Prediger haben gepredigt über die Dinge des Reiches Gottes. Und das gleiche wollen wir euch jetzt geben. Und aus diesen 40 Tagen ist ein Buch entstanden. Und das Buch heißt 40 Tage Reich Gottes. Und viele Menschen, die das schon gekauft haben, wurden gesegnet. Wenn du kein so liebevoller Leser bist, kannst du es auch anschauen, die nächsten Tage jetzt. Und mein Herzenswunsch für dich ist, dass du die Dinge des Reiches Gottes erkennst. Mein Gebet ist, dass die Prinzipien des Reiches Gottes in dein Herz so richtig reinkommen. Dass sie dein Herz verändern. Deine Familie verändern. Deine Gemeinde verändern. Und dass Jesus das Zentrum wird in deinem Herzen. Und dass Jesus das Zentrum wird in deinem Herzen. Und vergiss nicht. Du bist höchst begünstigt. Tief geliebt. Und mächtig gesegnet. Amen.